Angst essen Seele auf. Gerade jetzt in der Corona-Krise sind wir sehr mit dem Thema Angst beschäftigt. Doch Angst ist kein guter Berater, das hört man auf jeder Seite. Ich sage immer, meine erste Lektion im Mentaltraining ist, Angst ist die größte Hürde, die wir im Kopf haben. Das heißt, wenn ich vor etwas Angst habe, dann kommt es über mich. Das stand schon in der Bibel, das hat schon hier in der Bibel geschrieben. Das ist die erste Lektion im Mentaltraining, die man erstmal über sich durch den Kopf gehen lassen sollte. Und Angst ist so, als wenn man den Hals zustürt. Man kann nicht mehr atmen, weil die Angst einem die Luftzufuhr wegschnappt. Das heißt, die mentale Geschichte mit dieser psychosomatischen Seite lähmt uns total mit dem Thema Angst. Und bildlich nochmal gesagt, Viktor Frankl, bestimmt schon gehört, war ein Theologe, der bei den Nazis im Dritten Reich im KZ gefangen war und musste dort unter miserabsten Umständen überleben. Natürlich auch sein Glaube an Gott hat ihm geholfen, aber seine Positivität. Das heißt, trotzdem in dieser ausweglosen Situation positiv zu bleiben. Nicht das alles ausblenden, sondern in der Situation bleiben und trotzdem positiv. Natürlich mit dem Glauben an den lieben Gott, aber natürlich auch mit der Positivität. Trotzdem zu sagen, ich hatte bis jetzt ein schönes Leben und ich glaube weiter daran, diese Sache zu überleben. Das ist erstmal eine Grundvoraussetzung. Wenn ich aber jeden Tag aufstehe und sage, Gottes Willen, werde ich jetzt, was ich, vergast, dann ist es natürlich eine Riesendrucksituation. Die Angst wächst einem über den Kopf, egal in welcher Hinsicht man unter Druck steht und Angst hat vor etwas. Aber diese Angst kann ich nur entgegenwirken, wenn ich es positiv sehe und loslasse. Beziehungsweise auch in sich ruhig in der Mitte, in sich ruht und dadurch alle Situationen, die man von außen hat, ausblendet. Natürlich nicht illusionistisch und keine Fata Morgana, also völlig realitätsfremd zu leben, sondern einfach diese Angst erstmal wegzudrücken und zu sagen, okay, es ist positiv. Ich bin trotzdem positiv. In jeder Situation erwarte hoffnungsvoll das Positive und dann kann ich das Ganze in meinem Kopf anders verarbeiten. Nur wenn ich aber in der negativen Schiene drinnen bleibe, dann geht das Thema Selbstprophezeiung los. Deswegen ist wichtig, nicht sich von der Angst die Kehle zuschnüren zu lassen und in seinem Mindset das mal jeden Tag üben und positiv starten, die Ängste beiseite schieben. Es bleibt uns ja in der Corona-Krise nichts anderes übrig und dann geht es auf den richtigen Weg. Deswegen, positives Denken hilft, aber nur positives Denken ohne Handlung beziehungsweise dies auch wieder jeden Tag zu setteln, bringt es nichts. Also ich wünsche euch keine Ängste oder die Angstbekämpfung oder ihr sucht euch jemanden, der euch hilft, die Angst zu bekämpfen. In diesem Sinne, alles Gute, euer Siegercoach Sven William und Angst essen Seele auf und Positivität geht nach vorne und schaut vorwärts. Bis dann, ciao.